Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und bevor wir über das Verbrechen und Verbrecher reden, Sabine, reden wir mal über Kolleginnen und Kollegen. Die nämlich gerade einen besonderen Podcast vorbereiten. Ja, das ist nicht ein besonderer Podcast, sondern besondere Folgen in einem bereits existierenden Podcast. Der Podcast ist bei Zeit Online abrufbar und auf allen anderen Plattformen auch. Er heißt Das Politikteil und ist unser wöchentlicher Politik-Podcast. Aber am 16. Mai bringen die Kollegen Heinrich Wefing und Tina Hildebrandt drei Sonderfolgen heraus auf einen Rutsch. Die heißen Kippt die Republik. Ja, spannende Frage. Und es geht um die Frage, wie umgehen mit der immer stärker werdenden AfD und wieso wird eine Partei so erfolgreich, wobei sie immer radikaler wird. Also wie passt das zusammen? Da werden sehr viele Sachverständige gehört. Es gibt Reporter, die durch die ganze Republik gefahren sind und der Sache auf den Grund gehen. Sie fragen natürlich auch, was passiert, wenn die AfD auf einmal die Ministerpräsidenten stellt und Zugriff hat auf zum Beispiel Landesverfassungsämter, auf die Polizei. Und eine Straßenumfrage gibt es auch. Was denkt der Bürger? Soll man die AfD verbieten? Und ist das schlau oder soll man es lieber lassen? Das ist natürlich ein ganz besonderer Zeitpunkt, zu dem dieser Podcast und diese besonderen Folgen herauskommen. Der 16. Mai, am 23. Mai, eine Woche später, wird unser Grundgesetz, unsere Verfassung, 75 Jahre alt. Genau. Und das ist der Anlass. Das ist der Anlass. Und wir hoffen, dass alle, die uns heute zuhören, auch beim Politikteil einschalten, denn es ist eine brandwichtige Geschichte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt aber, Sabine, musst du mal unseren Gast vorstellen. Den haben wir jetzt schon viel zu lange warten lassen. Genau. Und da sitzt sie auch schon, unser Gast, unsere Gästin, Nadine Ahr. Sie war auch schon mal, da war ich im Dossier Ressortleiterin und Nadine kam als vielversprechende Nachwuchsautorin zu uns. Jetzt ist sie Redakteurin im Dossier und sie war auch schon mal hier bei uns im Podcast. Da hat sie die tolle Geschichte von Gottes Mühlen erzählt, die sehr langsam malen, aber schrecklich fein und wo es um eine Tötungsdelegte geht, das nach vielen, vielen Jahren aufgeklärt wird. Jetzt ist sie wieder da mit einer ähnlich interessanten Geschichte, die sie auch im Dossier auserzählt hat und dann nochmal Fortsetzung im Kriminalmagazin erzählt hat. Die Fortsetzung lohnt sich. Ja, die lohnt sich wirklich. Und zwar geht es hier um Frauen, die Verbrecher lieben. Ja. Also die nicht mit einem Mann zusammen sind, der dann zum Verbrecher wird, sondern die sich für einen Verbrecher entscheiden aus Leidenschaft. Und was das für Frauen sind und warum die das machen und was dabei hinhauen könnte und was dabei schief geht, darüber reden wir heute. Also hier ist der Disclaimer. Es geht um ganz besondere Liebesgeschichten und quasi jedes Verbrechen, über das wir sprechen, hat schon vorher stattgefunden, denn die Verbrecher sitzen allesamt hinter Gittern. Ja. Und spannend ist es dennoch und zwar ganz ungemein spannend. Für mich war total aufregend zu erfahren, es gibt eine Kontaktbörse. Die heißt jailmail.de. Und was finde ich da? Dort finde ich Anzeigen von Häftlingen. Das ist quasi, naja, nicht Tinder für die JVA, aber so ähnlich. Also man kann nicht wischen. Man kann nicht wischen, nein. Man kann sich trotzdem durchscrollen und liest dann von den Männern, da steht meistens drin, wo sie in Haft sitzen, bei manchen auch wie lange. Die wenigsten schreiben, warum sie in Haft sitzen. Dann stehen da noch ein paar Hobbys und das Alter. Und was sie suchen, das sind meist weibliche Kontakte. Es gab eine Anzeige, Chiffre 2971-11. Im September 2011, da schreibt ein Häftling, er sei Sternzeichenlöwe und ein hoffnungsloser Romantiker. Ja. Und es gibt eine Frau, die diese Anzeige liest. Genau. Und diese Frau ist Christel. Christel ist da schon einige Zeit Single und auch etwas einsam, auch wenn sie das ungern zugeben würde. Und sie hat mir erzählt, sie war gar nicht auf der Suche nach einer Liebesbeziehung, sie wollte eigentlich nur Kontakt haben. Und sie liest das, sie liest, dass er Sternzeichenlöwe ist, dass er Kinder mag und Tiere und lieber Jeans als Anzug trägt. Und findet, ach, er schreibt so locker und so schön, da antworte ich drauf. Den finde ich interessant, den will ich kennenlernen. Wollte sie denn Kontakt zu jemandem, der Zeit hat, zu schreiben? Oder warum wendet sie sich da nicht in einer ganz normalen Kontaktanzeige? Zum Beispiel in der Zeit im Magazin haben wir immer noch Kontaktanzeigen. Ja, liest du die auch so gerne? Ja, lese ich auch gerne. Ich lese sie immer. Und muss sich die Leute herausputzen, verbal, was sie für tolle Hechte sind. Und dass sie jetzt einen erfolgreichen Gatten oder eine wohlgeformte Gemahlin haben wollen. Wohlhabende Ärztin, 64, schlank. Genau, schlank. Orland. Unabhängig. Reisen. Reisen wird hier nicht in Frage gekommen sein. Sie wollte diesen Mann gar nicht treffen zunächst. Sie wollte wirklich nur einen Briefkontakt. Und das bot ihr sozusagen die nötige Distanz. Also, dass er hinter Gittern sitzt. Ja, mit einem Mann aus einer richtigen Kontaktanzeige. Hätte sie sich ja irgendwie treffen müssen. Darum geht es ja. Dass man sich kennenlernt im wahren Leben, dass man sich trifft. Das wollte sie aber gar nicht. Sie wollte wirklich nur jemanden schreiben. Der ist sicher verwahrt. Genau. Ja, der schreibt auch zurück und ghostet sie höchstwahrscheinlich nicht. Denn er hat ja sehr viel Zeit. Ja, eben. Er hat viel Zeit. Ich kriege hier viel Post aus dem Gefängnis und das ist immer sehr, sehr umfangreich und viele Blätter und bis auf den letzten Kanten vollgeschrieben. So ähnlich kann man sich diese Briefe vorstellen. Und so war es auch. 14 Tage dauert es nämlich nur. Da bekommt sie eine Antwort von Joachim. Sie wird ihn später nur noch Achim nennen. Und er bedankt sich für den wundervollen Brief und macht ihr Komplimente und schreibt ihr als erstes, dass er kein Mörder sei. Und wie es im Knastjargon auch so schön heißt, kein Kiefi, kein Kinderficker. Das beruhigt Christl ein bisschen und schreibt auch direkt von seiner Tat. Nämlich, er hat bewaffnete Raubüberfälle begangen. Der Mann ist 60, hat zwei Kinder, sitzt seit neun Jahren und hat noch drei Jahre und acht Monate vor sich. Was schreibt er denn zu seiner Tat? Warum kommt jemand mit zwei Kindern dazu, Raubüberfälle zu begehen? Er schreibt eine ganz rührende Geschichte. Und zwar schreibt er ihr, dass seine Tochter eine sehr seltene Augenerkrankung hatte, die ausschließlich in den USA operiert werden könnte. Und deshalb brauchte er das Geld. Und Christi rührt das so sehr und versteht das auch. Wie stimmt die Geschichte denn? Sie hatte eine Augenkrankheit, aber dass die nur in den USA operiert werden könnte, das halte ich für Humbug. Also es ist Geschichtsklitterung oder Biografieglitterung? Er hat es ein bisschen geschönt. Eine romantische Ausschmückung eines Verbrechens. Erzähl mal, erstens, wie bist du auf diesen Fall gekommen? Wie hast du dich für das Thema interessiert? Wie sieht Christel aus? Wo spielt die ganze Geschichte? Und du hast sie ja begleitet. Wie war, erzähl einfach mal jetzt lang und breit, wie du sie kennengelernt hast und was du mit ihr erlebt hast. Genau. Also ich wollte wissen, was sind das für Frauen, die sich in solche Männer verlieben. Und dann war das erste Problem, wie kommt man denn an die Frauen ran? Wie findet man die überhaupt? Ja, die Männer zu finden ist kein Problem. Aber wie kommt man an die Frauen ran? Und man kommt an sie eben nur über die Männer ran. Also habe ich eine Anzeige geschaltet und zwar im Lichtblick. Der Lichtblick ist eine Zeitschrift, die in allen JVA's in ganz Deutschland ausliegt. Und die Redaktion, wenn man so will, sitzt in Berlin, in Berlin-Tegel. Im Gefängnis? Im Gefängnis, ja. Und dort bin ich hin, man kann diese Redaktion besuchen und habe mein Anliegen vorgetragen. Und die haben sich dann auch einverstanden erklärt, dass ich eine Anzeige schalten kann. Und da habe ich dann geschrieben, dass ich Paare suche, die sich während der Zeit im Gefängnis verliebt haben, die Liebe gefunden haben. Ja. Und daraufhin schrieben mir dann die Männer. Ich bekam also viele handschriftliche Briefe, eine Seltenheit. Und mir schrieb auch Joachim. Und der schrieb mir von Christel und davon, wie er Christel kennengelernt hat. Und schickte mir Christels Handynummer mit und sagte, ja, er habe mit ihr gesprochen und ich dürfte sie kontaktieren. So fand ich Christel. Und das Schöne, deswegen hast du dich wahrscheinlich auch für diesen Fall entschieden, ist, dass die Freilassung des Achim in absehbarer Zeit anstand. Und deswegen war der Fall für dich jetzt interessanter als der einer Frau, die noch zwölf Jahre warten muss. Oder einer Frau, die ihren Mann im Knast kennengelernt hat, der aber schon seit fünf Jahren raus ist. Also du hast sozusagen den Übergang mitgekriegt. Ja, das fand ich interessant, den Übergang. Es waren auch noch andere Dinge, die mich da sehr gereizt haben. Zum Beispiel, was sie alles so für ihn auch gemacht hat. Denn mittlerweile war Christel in den Ort gezogen, in dem das Gefängnis von dem Achim ist. Kannst du uns ungefähr sagen, wo das ist? Es muss ja nicht direkt der Ort sein, aber so die Gegend. Hessen. In Hessen. In Hessen. Und vorher war sie mehrere hundert Kilometer entfernt quasi? Sie lebte 120 Kilometer entfernt. Sie lebte dort mit ihrer Tochter, 16 Jahre alt. Sie hatte dort ihren Job, sie hatte ihre Freunde. Als ich sie gefragt habe, was ihr dort gefallen hat, hat sie gesagt, mir hat alles gefallen. Ich hatte mein Leben da, ich war eigentlich sehr zufrieden. Aber Achim war halt nicht da. Und Achim hat sie gebeten, doch in seine Nähe zu ziehen, damit sie sich öfter sehen können. Was hat sie denn für einen Beruf? Christel hat nicht eine richtige Ausbildung gemacht. Sie hat mehr so Gelegenheitssachen gemacht. Sie hat, als ich sie zuletzt kontaktiert hatte, als Putzhilfe gearbeitet. Ja, also sie hat jetzt kein Unternehmen oder ein Kiosk oder so, wo man gesagt hätte, da kann sie jetzt nicht weg. Also Christel ist schmal, hat blonde Haare. Man sieht ihr an, dass sie kein leichtes Leben hatte. Um mal ein bisschen aus ihrer Biografie zu erzählen. Sie ist eigentlich sehr behütet aufgewachsen. Der Vater Beamter, die Mutter Hausfrau und hat zwei Brüder. Aus denen ist auch ordentlich was geworden. Der eine ist bei der Entwicklungshilfe, der andere ist Pfarrer. Ah, Care. Ja, also es sind Leute, die so, wir helfen den Menschen. Ja. Ah, und Christel ist dann die Dritte im Bunde. Er ist spät, aber ja. Und sie wurde mit 17 oder 18, ich glaube 17, ist sie schwanger geworden. Und hat dann den Mann auch geheiratet. Und leider war diese Ehe sehr unglücklich, sehr schwierig. Er hat sie geschlagen. Also sie ist eine Frau, die da wirklich viel mitgemacht hat. Dann hat sie den nächsten Mann gehabt, der war auch nicht viel besser. Der hat ihr ganzes Geld verspielt und sie betrogen, ging in die Spielhalle. Und sie hatte also sehr, sehr viele unglückliche Beziehungen vorher gehabt. Das war auch der Grund, warum sie erstmal jemanden schreiben wollte, der im Gefängnis sitzt und nicht so schnell an sie herankommt. Da kann sie selber wieder verschwinden und er muss bleiben. Genau. Er bleibt dann zurück. Du hast sie begleitet und zwar bei einem, glaube ich, ganz klassischen Besuchstermin. Ich stelle mir vor, das ist gar nicht so einfach, wenn man anbandelt und dazwischen sind, was weiß ich, Gitter, Glasscheiben, Tische. Wie muss man mir das vorstellen? Tische ja, Glasscheiben nein. Also ich habe das vorher angemeldet, das war auch relativ unproblematisch, da jemanden zu begleiten. Und das Gute ist von ihrer Wohnung aus, in diesem Ort war das 15 Minuten Fußweg. Sie kann sogar aus ihrem Küchenfenster die JVA sehen, weil sie unterm Dach wohnt. Das ist auch sehr nett. Sie kann also ihrem Achim fast zuwinken, wenn man so will. Und ich bin da mitgegangen, dorthin und dann saßen die beiden da und es war ganz eigenartig, weil die waren natürlich sehr, sehr lieb miteinander, haben miteinander geplaudert. Wie geht es deiner Tochter? Die 16-jährige Tochter ist mit ihr dorthin gezogen und wie war die Arbeit und so weiter. Aber es gab auch immer wieder so unangenehme Pausen, in denen sie nicht so wussten, was sie einander erzählen sollten. Denn es gibt ja gar keine gemeinsamen Erlebnisse, auf die sie zurückgreifen können. Weißt du noch damals auf Capri? Ja. Es gibt kein damals, ja. Es gibt sozusagen nur, jeder hat sein Leben und das kann man miteinander noch nicht mal teilen. Man kann sich darüber austauschen und das war es auch. Und ansonsten hat man vor allen Dingen, und das eint sie, die Hoffnung von einem besseren Leben und so diese Vision von, was wird, wenn, was wird, wenn ich erst aus der JVA rauskomme und für sie, was, wie wird es erst, wenn er bei mir ist, wenn er bei mir wohnt, mit mir, in unserer Wohnung. Denn das war auch schon so, das fand ich auch sehr interessant, die Wohnung, die sie mittlerweile hatte, da war alles auf ihn schon abgestimmt. Also sein Schlüssel hing schon am Schlüsselbrett, sein Name war oben an der Haustür auf so einer Holztafel angebracht und sie hat eine Kaffeetasse schon für ihn. Mit seinem Bild drauf, ne? Mit seinem Bild drauf, ja. Die durfte ich dann ausnahmsweise benutzen. Ja, also es war alles für ihn vorbereitet. Wahnsinn. Aber man kann sich als Direktor so einer JVA eigentlich nichts Besseres wünschen. Denn die Leute, die da eingesperrt sind, die werden ja immerzu beobachtet und auch gerade bei Langstrafigen und bei Schwerverbrechern wird das natürlich von Psychiatern und Psychologen immer begleitet. Wie geht die Entwicklung vor sich? Kann man ihn vorzeitig rauslassen oder muss er die volle Strafe absitzen? Ist eine Sicherungsverwahrung möglicherweise irgendwie? Schwebt die im Raum? Also diese ganzen Dinge sind für ein Gefängnis von großer Bedeutung, denn die Angst, dass jemand rückfällig wird, ist natürlich groß. Und es gibt Delikte, in denen werden die Leute einfach sehr, sehr oft rückfällig. Zum Beispiel Sexualverbrecher. Die haben Kräfte in sich, die sie selbst nicht beherrschen und die auch oft mit Therapien nicht zu beherrschen sind. Und dann gibt es eben andere Delikte. Also da gehört jetzt der Bankräuber auch dazu. Es gibt natürlich notorische Bankräuber oder notorische Räuber. Aber es gibt eben auch viele, die machen das nur einmal und dann machen sie es nicht mehr. Und deswegen frage ich dich jetzt auch gleich, welche therapeutische Unterstützung er bekommen hat. Vorher wollte ich noch sagen, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit extrem davon abhängt, wie das Leben dieses Menschen weitergeht. Also Rückfall ist kein Programm. Es heißt nicht, wenn einer unten rausgeht aus dem Gefängnis, ach der kommt bald wieder, sondern das hängt extrem davon ab, holt ihn jemand ab, gibt es jemanden, dem an ihm liegt, hat er eine soziale Einbindung, hat er Verwandte, hat er Leute, die sich um ihn kümmern, hat er Leute, die sich auf ihn freuen, hat er einen Job. All diese Dinge spielen eine riesen Rolle bei der Frage, wird einer rückfällig, hat er was zu verlieren, wenn er nochmal was anstellt, das steckt dahinter oder läuft er ins Leere und es ist egal. Es ist ihm auch egal, ob er nächste Woche wieder da ist oder nicht. Und jetzt frage ich dich, hatte er eine therapeutische Unterstützung? Ja, er hatte eine Psychologin in der JVA, zu der er regelmäßig ging, die aber die Beziehung auch ein bisschen kritisch sah. Also die, meinte, machen sich keine Illusionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, wenn sie rauskommen, ist doch äußerst gering, weil beide eben ihre Vorstellungen haben. Ja, weil zwei Träume aufeinander prallen. Die man bisher nur verbalisieren kann. Also wenn du dann kommst, dann, ja. Mir fällt das sozusagen die umgekehrte Frage nochmal ein. So wie du das schilderst, Sabine, gibt es natürlich auch ein klares Motiv für diese Männer. Sie haben eine Meldeadresse, wenn sie rauskommen und sie haben eine positive Prognose. Das heißt, da muss ja gar keine Liebe im Spiel sein, sondern das kann ja auch einfach eine Zweckbeziehung sein, oder? Aber ist das nicht bei anderen Ehen auch so? Da werde ich versorgt und habe eine schöne Adresse und kriege was zum Anziehen und jeden Abend kocht jemand für mich. Also so viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht. Das kann sein. Durchaus. Und wie viele Leute machen sich irgendwelche Traumschlösser und denken sich da was aus, wenn sie da Tolles jetzt geheiratet haben? Der Tod des Märchenprinzen. Hinterher ist es doch bloß der Hans Müller und der geht fremd. Also. Ich glaube aber nicht, dass es nur das ist, sondern man muss sich auch mal vorstellen, wenn da jemand seit sieben, acht, neun, zehn Jahren sitzt, dann ist der ja auch einfach einsam. Ja. Also alle Kontakte, die man nach draußen hatte, welche halten denn über die Jahre? Wer kommt einen denn so lange besuchen? Die meisten Beziehungen sind mittlerweile gescheitert, wenn sie eine hatten, als sie reingingen, weil die Frauen sich sagen, mein Gott, wie lange soll ich auf den warten, dann nehme ich mir einen anderen. Die Freunde kommen auch immer seltener, wenn sie dann überhaupt kommen. Und ich glaube, die Männer wünschen sich einfach auch wirklich, dass da einfach jemand ist. Wir sind einfach allein. Es ist nicht ganz einfach, jetzt wirklich miteinander anzumandeln, sich wirklich kennenzulernen, denn es gibt einen gnadenlosen Rhythmus. Zwei Besuche im Monat, jeweils eine Stunde und dann gibt es noch einen LZB alle drei Monate. Was ist ein LZB? Das ist der Langzeitbesuch. Bei dem Langzeitbesuch dürfen die Häftlinge mit ihren Partnerinnen für drei Stunden in ein Zimmerappartement, wenn man so ein klein ist. Da gibt es eine Ausziehcouch, eine Küche und ein Bad. Und man nennt es auch im Knastjargon Liebeszelle. Und dort gibt es sozusagen Zeit für Intimität. Aber auch das stelle ich mir wirklich äußerst schwierig vor, sehr getaktet. Jetzt haben wir drei Stunden und jetzt bitte, werd mal romantisch. Christel macht das aber mit. Er schlägt ihr vor, dass sie zu so einem Langzeitbesuch kommen soll. Und das ist auch tatsächlich der Besuch, bei dem sie zusammenkommen. Bei dem sie das erste Mal Händchen halten und sich das erste Mal küssen. Warst du da auch dabei? Nein, da war ich nicht dabei. Das hat sie dir erzählt. Das hat sie mir natürlich erzählt. Da kannte ich sie ja noch nicht. Wie reagiert denn ihr Umfeld und die Leute, ihre Freunde, die Leute, die um sie rum leben? Wie reagieren oder der Arbeitgeber oder wer auch immer? Ich weiß ja nicht, wie viele Kontakte sie hat, aber wie reagieren denn? Sie hat ja eine Tochter auch. Also was sagt die denn? Ich glaube, die Tochter war noch am unkritischsten. Die ist ja mitgekommen und die konnte die Romantik dahinter noch verstehen. Aber Kopfschütteln reagierten ihre Freunde. Ihr Ex-Mann hat gesagt, na bist du verrückt, der nutze ich doch nur aus. Das ist schön, wenn Ex-Männer noch Ratschläge erteilen. Danke für nichts. Und alle um sie herum haben ja eigentlich davon abgeraten. Also vor allem abgeraten, dahin zu ziehen. Man muss sich ja schon überlegen, was für ein Wahnsinn. Mein ganzes Leben gebe ich auf und ziehe in einen Ort, wo ich niemanden kenne, nur um zweimal im Monat jemanden zu besuchen. Aber sie macht es. Und sie glaubt dran und sagt, das wird was. Das ist der Richtige. Also du hast so eine wahnsinnig zuversichtliche Frau kennengelernt, die jetzt alles genau auf diese eine Karte setzt. Ja, sie war sich ganz sicher. Das ist der Mann. Der ist genau so, wie er sein sollte. Der ist liebevoll, der ist romantisch und es ist so viel schief gelaufen in meinem Leben. Das klappt jetzt. Das halten die beiden eine ganze Zeit lang so durch in diesem Rhythmus. Zweimal im Monat, alle drei Monate LZB, wie wir gelernt haben. Und jetzt zeichnet sich ab, er darf zum ersten Mal raus. Genau. Er darf für vier Stunden raus mit einem Beamten zusammen. Und vorher haben sie sogar noch ein LZB, direkt vorher. Drei Stunden. Also sie darf erst zu ihm und dann anschließend mit ihm zusammen. Darf sie ihn mitnehmen. Genau, sie darf ihn mitnehmen. Nur für kurze Zeit, aber sie darf. Und zwar in die neue, beziehungsweise nicht mehr so neue, sie wohnt jetzt ja schon einige Zeit, aber für ihn neue Wohnung. Die Wohnung, die ihre gemeinsame Wohnung sein soll. Ins Nest. Das gemachte Nest, ja. Ja, und sie ist sehr, sehr aufgeregt. Na, ich kann es mir vorstellen. Wird das ihm gefallen? Sie hat ja alles gemacht. Du hast es ja geschildert. Der Schlüssel hängt, die Tasse steht und so weiter. Und jetzt kommt es drauf an, wie wird er bloß reagieren, wenn er das wirklich sieht? Da sind auch noch Beamte dabei, oder? Genau. Es ist noch ein Beamter dabei. Ich weiß nicht, ob einer oder zwei, ich glaube, ein Beamter. Und sie bereitet alles vor. Ich war am Tag vorher, ich war bei ihr. Sie hat einen Käsekuchen gebacken. Unglücklicherweise hat ihre Tochter schon ein Stück gegessen. Dann hat sie sich gedacht, wie sieht das denn aus? Und backt noch einen neuen Kuchen. Das ist ja süß. Nochmal zum Supermarkt, kauft nochmal alles ein. Sie hat die ganze Wohnung geputzt. Sie hat schon die ganze Zeit überlegt, was ziehe ich bloß an? Sie ist also unter Hochspannung. Und dann? Ja, da hilft so ein Gläschen, oder? Ja, leider. Da hilft ein Gläschen zur Beruhigung. Sie setzt sich irgendwann spätabends das erste Mal, so hat sie es mir am nächsten Tag erzählt, hin. Entschuldigung, das war kein Rezept, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine ironische Anmerkung. Ja. Sie trinkt ein Gläschen. Und weil das so gut tut, trinkt sie noch eins. Und dann trinkt sie noch eins. Wein, oder was trinkt sie denn? Ja, sie trinkt ein bisschen was Härteres. Zur Beruhigung ihrer Nerven. Und am nächsten Morgen geht sie dann zum Langzeitbesuch. Ja, und dann lassen die Beamten sie pusten. Man muss pusten, wie beim Autofahren. Wenn man nach Alkohol riecht, dann sagen die Beamten, ja, bitte einmal pusten, denn es sei niemand angetrunken in die JVA. Und ich weiß nicht mehr wie viel, aber sie hatte viel zu viel Alkohol im Blut. Und wird wieder nach Hause geschickt, Langzeitbesuch abgesagt und auch der Ausgang abgesagt. Oh Gott, ist das eine Scheiße. Christel hat es verpatzt. Sie hat alles verpatzt. Ich habe sie dann getroffen, also ich habe sie dann angerufen, weil ich wollte ja mit dabei sein und dachte, naja, Mensch, wo bleiben sie denn? Ich war bei der JVA, genau, und niemand da. Komisch. Und komme dann zu ihr und da sitzt sie, sie macht mir die Tür auf und setzt sich dann wie ein Häufchen elend, sitzt sie da auf dem Sofa und weint und ist völlig fertig. Und sagt natürlich zu Recht, ich habe alles kaputt gemacht. Und erzählt mir auch, ja, sie hatte früher mal ein Problem mit dem Alkohol. Und trinkt eigentlich nicht mehr und hat jetzt getrunken und ist jetzt ganz unglücklich. Sie ist rückfällig geworden, nicht er, sondern sie. Ja, sie ist rückfällig geworden in ihrem Alkohol, genau. Und ist dafür sehr bestraft worden. Glaubst du denn, dass sie das in unbewusster Weise absichtlich gemacht hat, diesen Besuch verderben? Ich glaube, sie hatte so viel Angst, dass schon sein kann, dass sie das absichtlich gemacht hat. Also, dass sie gar nicht da durch muss, durch diese Situation. Da mache ich es lieber kaputt. Wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, du hast diesen Fall geschildert, das war 2014. Und sechs Jahre später hast du Christel wieder besucht. Wir lassen Christel jetzt mal sitzen in ihrem Elend. Du hast nämlich noch zwei andere Frauen getroffen. Auch die haben Kontakt aufgenommen zu einem Häftling. Zum Beispiel Marion. Über Marion schreibst du, diese Frau ist unterdurchschnittlich glücklich. Erzähl mal. Marion, ja, Marion, eine interessante Figur. Marion hat mit, um wir aus ihrer Brigografie zu erzählen, mit 19 geheiratet, hat zwei Kinder bekommen und war in ihrer Ehe nicht so wirklich glücklich. Sie hatte einen Mann, dem sie nie etwas Recht machen konnte, hat aber weiter durchgehalten und dann stirbt ihr Vater und sie geht zur Beerdigung und sieht, dass ihre Mutter keine Träne vergießt und denkt sich, boah, wenn ich jetzt so weitermache, dann geht mir das auch so. Am nächsten Tag trennt sie sich von ihrem Mann, sie ist da sehr konsequent, geht aus diesem unglücklichen Leben raus. Wahnsinn, direkt nach der Beerdigung? Direkt nach der Beerdigung. Eine Erkenntnis, eine Entschluss. Wie alt ist sie denn? Sie ist da Mitte 30. Und bleibt dann eine Zeit lang Single und dann legt ihr irgendwann eine Kollegin eine Anzeige auf den Tisch, eine Arbeitskollegin und sagt, Marion, es wird Zeit. Und diese Anzeige, da stand einfach drin, einsamer Ritter, hinter Rosenhecken verborgen, wartet sehnsüchtig auf seine Prinzessin, die ihn befreit. Und zuerst denkt Marion, mein Gott, wie kitschig ist das denn? Jetzt sei nun wirklich. Es ist ja auch wirklich schrecklich. Und dann denkt sie sich, ein Ritter, das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Und schreibt und ja, antwortet auf diese Anzeige, also antwortet auf eine Chiffre. Sie weiß da noch gar nicht, dass der im Gefängnis sitzt. Ach so, das ist jetzt nicht über Jail Mail. Nein, der hat einfach eine Anzeige geschaltet. Das heißt, sie wendet sich nicht an jemanden, der im Gefängnis sitzt, sondern sie schreibt einfach einen Mann zurück, der ihr dann schreibt, im Übrigen, die Rosenhecken sind Gitter und nicht im Knast. Natodraht. Die Rosenhecken sind Natodraht. Und dann? Ja, er schreibt auch sehr schön und alles sehr romantisch und sagt ihr aber nicht, was er getan hat. Das erfährt sie erst später. Und zwar, er hat einen Mord begangen. Johannes, heißt der Mann bei uns jetzt, so heißt er nicht wirklich, wie Marion auch nicht Marion heißt, der hat mit 20 Jahren eine Frau getötet. Und er schildert das auf seine Art und Weise. Was ist seine Wahrnehmung, seine Schilderung dieses Ereignisses? Seine Wahrnehmung ist, er war auf einem Gartenfest mit mehreren Leuten, hat dort eine Frau kennengelernt und die beiden hatten einvernehmlich Sex miteinander. Auf dem Gartenfest? Ja, sozusagen ein bisschen abseits. Und weil er nicht wollte, dass sie jemand hört, habe er ihr den Mund in die Erde gedrückt. Und er sagt ihr auch, dass sie noch geliebt habe, als er gegangen sei. Das ist seine Schilderung seiner Tat. Also es war eine so gewaltsame Begegnung, dass die Frau mit dem Gesicht quasi in der Erde verschwunden ist. Also, wer weiß, wie freiwillig diese Begegnung gewesen ist. Darauf könnte man ja hier schon kommen, nicht? Ja, sie wird auch nie verlangen, das Urteil zu sehen. Ach, sie hat es nicht gelesen? Nein, sie glaubt ihm. Sie glaubt ihm und seiner Darstellung und sie schreiben sich weiterhin und dann besucht sie ihn auch eines Tages. Also, wie weit Darstellungen und Urteile auseinander gehen, das kriege ich hier jeden Tag mit, wenn mir Leute schreiben von ihrer vermeintlichen Unschuld und dann schaue ich mir das Urteil an. Und die Beweise, die zu diesem Urteil geführt haben, die haben oft mit den Schilderungen des Eingesperrten nicht das Geringste zu tun. Da hängt oft eine große Kluft zwischen diesen beiden Positionen. Marion jedenfalls beginnt jetzt auch so eine Besuchsbeziehung, glaube ich, zunächst mal und trifft auf einen Mann, den sie sehr attraktiv findet, glaube ich, oder? Wie sieht Johannes aus? Sie hat erzählt, dass es vor allen Dingen seine Augen waren, seine strahlenblauen Augen, in die sie sich verliebt hat und seine Art, dass er gefragt hat nach ihren Träumen und ihren Hoffnungen. Und das hat einfach noch nie jemand bis dahin getan. Er hat einfach gefragt, was sie sich wünscht und in seiner Art und in diese Augen verliebt sie sich, gleich bei dem ersten Besuch. Und so sehr, dass sie mit einer Anwaltin Kontakt aufnimmt, er sitzt mittlerweile zwölf Jahre in Haft und die erzählt ihr, dass er nach 15 Jahren vorzeitig entlassen werden könne. Und da denkt sich Marion, okay, drei Jahre, so lange kann ich warten. Ich meine, der hat schon eine Frau umgebracht in irgendeinem Rauschzustand. Nein, sie hat gar keine Angst. Für sie ist das ja sozusagen, auch wenn es eigenartig klingt, aus Versehen passiert und war keine Absicht. Und sie glaubt nicht, dass er ihr irgendetwas antun könnte. Sie ist sich ja sogar so sicher, dass sie möchte, dass er bei ihr und ihren Kindern wohnt, wenn er entlassen wird. Und so kommt es auch. Wo spielt die Geschichte ungefähr? Im Süden. Im Süden. 2003. Da wird er entlassen. Im Frühjahr 2000 startete diese Beziehung sozusagen, die erste Anwarnung. Und jetzt leben die beiden gemeinsam. Er ist zu ihr und ihren Kindern gezogen? Er ist zu ihr und ihren Kindern gezogen. Und wie macht er sich? Super. Das, was sie dann erzählt hat, ist wirklich, klingt, als wäre ihr Traum wahr geworden. Also er kocht jeden Tag für sie. Alle zwei Wochen gehen sie zum Tanzen. Und sie war ganz stolz. Sie hat gesagt, die Leute haben gesagt, Mensch, ihr tanzt Discofox miteinander, als hättet ihr das schon ein Leben lang gemacht. Und es ist wirklich eine ganz tolle harmonische Beziehung. Und sie sagt, sie wurde wirklich auf Händen getragen. Es war das, was sie sich immer gewünscht hat. Hat er einen Beruf? Hat er irgendwie Fuß gefasst in der Gesellschaft? Nein, er ist vor Hause. Also er ist der Hausmann und sie geht arbeiten. Und das funktioniert auch. Ah ja. Und dann wird ihre Tochter leider schwer krank. Sie erkrankt an Krebs und er ist auch so sehr mit ihren Kindern verbunden. Er besucht die Tochter wirklich jeden Tag im Krankenhaus. Und er ist wirklich ein ganz liebevoller Familienvater. Alles scheint perfekt. Drei Jahre lang. Und dann kommt der 5. April 2006 und es klingelt an der Tür. Und vor der Tür steht die Polizei. Und die sagt ihr, dass er verdächtigt wird, eine Prostituierte misshandelt zu haben. Und man habe seine DNA am Tatort gefunden und nimmt ihn mit. Und für Marion bricht natürlich eine Welt zusammen. Am Anfang denkt sie auch, das muss ein Versehen sein. Alles spricht aber gegen ihn. Und sie besucht ihn dann noch einmal, ein letztes Mal. Und er streitet die Tat ab. Er sagt, nein, er war es nicht. Aber letztlich, und das fand ich wahnsinnig interessant, spielte das, ob er es war oder nicht, gar nicht so sehr die große Rolle für sie. Sie kommt nämlich nie wieder zu ihm. Sondern es ist der Betrug. Er war bei einer Prostituierten. Er war bei einer Prostituierten. Sie ist nicht mehr die Prinzessin. Sie ist nicht mehr die Besondere, die Auserwählte. Sondern es gab eine andere oder es gab eine andere und sei es nur eine Prostituierte. Das kann sie nicht verzeihen. Also, dass er jemanden umgebracht hat, stört sie weniger als die Tatsache, dass er fremdgegangen ist. Genau. Denn er gab ihr das Gefühl, ich bin jemand. Ich war jemand bei ihm. Das sagt sie mir auch einmal so. Und das wird dadurch kaputt gemacht. 2007 ergeht das Urteil gegen ihn. Sechs Jahre, acht Monate mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das ist natürlich ein Hammerurteil. Und natürlich Sicherungsverwahrung, Sexualstraftäter, rückfällig, gefährlicher, gefährlicher Zeitgenosse. Und da kannst du jetzt lange warten. Du hast mit einer Psychiaterin, mit Adelheid Kastner, über diese Frauen, sagen wir jetzt mal. Das ist natürlich falsch. Die Frauen sind alle ganz unterschiedlich und sind Individuen. Aber im Gefängnisgenre heißen die Knastbräute. Und es gibt schon ein paar Dinge, die sie vielleicht ein bisschen miteinander verbinden. Was hat Adelheid Kastner dir über solche Frauen erzählt? Dass das Frauen sind, die sich nach bedingungsloser Liebe sehen. Und dass das Frauen sind, die besonders sein möchten. Und dadurch, dass sie jemanden lieben, der besonders ist und besonders, kann im Positiven wie im Negativen sein. Es ist ja eine besondere Liebe. Es ist ja ein besonderer Typ, auch wenn er etwas Schlimmes getan hat. Dadurch werden sie auch besonders. Und sie sehen sich auch oft nach einem Ritter. Also dieses Ritterbild, dieses Retterbild, das trifft schon zu, was da in der Anzeige stand. Naja, das trifft alles sehr, sehr gut auf Marion zu. Und diese Enttäuschung, diese schwere Enttäuschung, die bedingungslose Liebe ist geplatzt. Interessanterweise suchen sich diese Frauen, die auf Gefängnisinsassen stehen, auch eine bestimmte Tätergruppe heraus. Also die interessieren sich weniger für Betrüger. Oder sozusagen, die interessieren sich für Mörder, für Sexualstraftäter, für Räuber. Also für irgendetwas, was mit Männlichkeit zu tun hat. Also für typische Männlichkeitstaten, wenn auch im total grotesken Sinne. Es gibt dieses eine Motiv, nämlich dieser Wunsch, endlich einzigartig zu sein und wahrgenommen zu werden und bedingungslos geliebt zu werden. Das nenne ich mal den Motivkreis 1. Es gibt aber noch einen zweiten Motivkreis, über den, glaube ich, Adelhard Kastner auch gesprochen hat. Nämlich natürlich, und das ist das, worauf du anspielst, Sabine, gibt es auch eine gewisse Faszination des Bösen. Ja, und das Gefährlichen. Also ich glaube, das Gefühl mit einem Ungeheuer, der ist auf der einen Seite hochscharmant und toll, aber man weiß, irgendwo ist vielleicht auch ein Ungeheuer in ihm. Das ist auch spannend. Und es ist nicht immer nur, ja, da kommt der Heinzi, der war heute wieder den ganzen Tag im Amt und jetzt kommt er heim und macht sein Bier auf. Sondern das ist, der hat was erlebt, der hat was begangen, da ist irgendwie Krimi drin. Ich kann mir vorstellen, dass das auch, also ich weiß es jedenfalls von furchtbaren Mördern, dass die Liebesbriefe hoch drei kriegen. Ja. Ja, und da fragt man sich, hallo, wer ist denn das, der Absender hier? Das ist der Moment, um zu unserer dritten Frau zu gehen, glaube ich. Die können wir mit vollem Namen nennen, sie heißt Astrid Wagner, ist Rechtsanwältin und hat unter anderem über das, was sie da erlebt hat, ein Buch geschrieben. Das habe ich hier. Guck mal, hier steht es sogar noch rum, Jack Unterweger, ein Mörder für alle Fälle. Ja. Und da drin schreibt es, ich habe das Buch nicht nur hier im Regal stehen, sondern ich habe es auch gelesen. Man sieht es. Es ist wirklich interessant. Astrid Wagner, Rechtsanwältin, verknallt sich in einen Serienmörder. Naja, nicht in irgendeinen, sondern das ist der bekannteste Serienmörder Österreichs, Jack Unterweger. Erzähl uns die Geschichte, wie kommen die beiden zusammen? Frauenmörder. Astrid Wagner ist sehr jung, als sie von Jack Unterweger zum ersten Mal hört. Sie ist damals im Jurastudium und als er das erste Mal in Haft kommt, er hat einen Mord begangen an einer Frau. Du hast sie auch, einen ganz furchtbaren Mord übrigens, in den 70er Jahren. 1974. Einen furchtbaren Mord an einer ganz jungen Frau, die er mit einer Stahlrute nackt durch einen Wald gejagt hat und da getötet hat. Also grauenhaft. Und du hast die Astrid Wagner selbst gesprochen, nicht? Ich habe sie getroffen. Ich habe sie in ihrer Kanzlei getroffen, in Wien im ersten Bezug. Ja, gute Gegend, oder? Gute Gegend. Astrid Wagner ist auch ein Kind aus gutem Hause, eine Bürgertochter. Wirklich eine sehr schöne Frau, die vor allem, wenn man sie trifft, eine unfassbare Ausstrahlung hat. Sie hat zierlich rehbraune Augen, also wirklich ein einnehmendes Wesen, ganz toll. Und ich habe sie da getroffen und da hat sie mir dann erzählt, wie sie das erste Mal von Jack Unterweger hörte, als sie, wie gesagt, im Studium war und sein Buch gelesen hat. Denn er schreibt ein Buch, ein autobiografisches Buch im Fegefeuer, während er im Knast sitzt und das wird auch ein Bestseller. Die Wiener Schickeria feiert ihn dafür und feiert ihn auch dafür, als er dann entlassen wird nach dem ersten Mord. Voller guter Vorsätze, immer in weißem Anzug. Und es ist natürlich so, dass Jack Unterweger in einer Zeit sozusagen berühmt wurde und der große Knastpoet wurde, in der man davon fest überzeugt war, der Mensch kann sich ändern. Der Mensch macht mal was Schlimmes, aber dann auch nicht mehr. Und das ist eben seither, es ist ja viel Zeit vergangen und die Beschäftigung mit Sexualstraftätern und deren inneren Beweggründen und deren inneren Kräften hat inzwischen natürlich sehr umfangreich stattgefunden. Und man weiß heute sehr viel mehr über Sexualverbrecher und über die geringe Hoffnung, die man sich da machen darf. Ja, das war auch so, denn er wird wieder rückfällig, es folgen Prostituiertenmorde und er flieht ins Ausland, er flieht in die USA und wird dort festgenommen und kommt wieder in Haft. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Prostituierte man ihm zugeschrieben hat. Neun. Neun, ne? Und Astrid Wagner liest, auch das liest in der Zeitung und glaubt an eine mediale Vorverurteilung, ein riesiger Medienaufschrei natürlich, und schreibt ihm da das erste Mal und zwar schreibt sie, halten Sie durch. Ernsthaft, nach der zweiten Verhaftung sozusagen. Ja, da schreibt sie ihm und er antwortet ihr auch und daraufhin besucht sie ihn. Er sitzt hinter Sicherheitsglas, sie können sich überhaupt nicht berühren, sie werden sich nie berühren die nächsten zwei Jahre, so lange dauert ihre Beziehung, wenn man will. Aber es springt sofort ein, wie sie sagt, ein Funke über. Sie trägt, das weiß ich noch ganz genau, wie sie mir das erzählt hat, sie trägt ein Kettchen mit einem Stier dran und er sagt zu ihr mit einem Lächeln, naja, Stierfrauen sind ja auch sehr rechthaberisch. Und das fand sie toll. Sie fand ihn toll und faszinierend, sie ist gerade mit ihrem Jurastudium fertig und fängt an, Dinge für ihn zu tun. Fängt an, seine Wäsche zu waschen, regelmäßig seine Mutter zu besuchen, mit den Anwälten zu reden und wird eine seiner Frauen, muss man dazu sagen. Sie ist nicht die Einzige, ne? Nein, es gibt mehrere. Auch darauf habe ich sie angesprochen und sie sagt, ja, aber ich war die Wichtigste. Da gibt es noch ein junges Mädchen, gerade mal 18 glaube ich, dann gibt es eine Ordensfrau, habe ich das richtig gelesen bei dir? Ja, ganz verrückt. Die gab es auch, die auch, ich weiß nicht, ob sie an seine Unschuld glaubte mit dir, habe ich nie besprochen, aber ja, die gab es auch. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Also er sitzt im Knast, es gibt diese Glasscheibe, eine Liaison sozusagen durch die Scheibe und dann? Ist sie damit zufrieden? Reicht ihr das? Also ich glaube, dass sie damals auf absurde Art und Weise gehofft hat, vielleicht, dass sich alles als Irrtum erweist und er rauskommt. Sie konnte es heute selber gar nicht mehr so genau sagen. Und sie hat doch einen Freund. Sie hat einen langjährigen Freund, die waren zehn Jahre zusammen und sie trennt sich dann von ihm, weil sie sagt, neben Jack war für keinen anderen Mann mehr Platz. Es wird eine ganze Zeit lang dauern, bis es zu einem Urteil kommt. Die Verhaftung ist 92 und das Urteil ergeht am 29. Juni 1994. Ja und sie hat mir auch erzählt, sie weiß ganz genau, wie sie einen Tag vorher im Schwimmbad war und die ganzen Pärchen gesehen hat im Freibad und sich dachte, ach Mensch, wenn er jetzt schuldig gesprochen wird, dann werden Jack und ich hier nie sitzen können. Also völlig abstruse Gedanken. Und dann ergeht das Urteil, er wird schuldig gesprochen und in der Nacht darauf erhängt er sich und zwar mit einer Kordel, die in einer Jogginghose war, die sie ihm geschenkt hat. Aber vorher hat er ihr noch was geschrieben. Magst du das vorlesen, Andreas? Wurzel. In wenigen Minuten holen sie mich. Prozess. Ich melde mich am Nachmittag. Lieb habe ich dich. Obwohl ich es in meiner Lage nie hätte zulassen dürfen. Und wenn etwas mit mir passiert, dann denke ich an schöne, wertvolle, mich glücklich machende zwei Jahre. Wirf alles weg von mir. Oder behalte es, wie auch immer. Aber denk ans Schöne. Dann bin ich stolz und glücklich, so einen Menschen gefunden zu haben. Wie du sagst, alles ist Bestimmung. Vielleicht beobachte ich dich. Vielleicht spüre ich dich. Ja, das ist ein Abschiedsbrief, ne? Klingt aber auch ein bisschen bedrohlich, oder? Ja, das klingt gruselig. Vielleicht beobachte ich dich. Vielleicht spüre ich dich. Ich spüre dich. Aber sie fand es gut, ne? Ja, sie sagt, es war doch ein schönes Ende. Jack hat mich freigegeben. Stimmt das? Hat er sie wirklich freigegeben? Nein, das hat er nicht. Sie hat noch jahrelang von ihm geträumt. Vielleicht tut sie das heute noch, das weiß ich nicht. Ich hatte nie wieder mit ihr Kontakt. Es hat auch ihr ganzes Leben bestimmt. Sie ist ja dann Strafverteidigerin geworden. Sie verteidigt eigentlich bis heute Menschen wie Jack Unterweger. Ja. Und hat sehr viel Verständnis auch für die Frauen von denen, für die Frauen, die sich in sie verlieben. Sie hat nie geheiratet, keine Kinder bekommen. Und sie hat mir schon gesagt, wäre sie mit ihrem damaligen langjährigen Freund zusammengeblieben, dann wäre es vermutlich genauso gekommen. Sie hätte ihn geheiratet und hätte Kinder bekommen. Und alles hat sich verändert, weil sie sich in Jack Unterweger verliebt hat. Du hast mit einer Frau gesprochen, die solche, nennen sie jetzt mal Knastbeziehungen, vielfach begleitet hat. Die hat Hochzeiten erlebt, auch Scheidungen erlebt. Die heißt Helga Engel, ist eine pensionierte Lehrerin und ehrenamtliche Vollzugshelferin. Und was hat sie dir erzählt? Die hat erzählt, dass solche Beziehungen eigentlich in den seltensten Fällen gut gehen, weil beide sich halt falsche Vorstellungen machen. Und dass sie viele, viele Beziehungen erlebt hat und nur bei einer glaubte, das könnte gut gehen. Das war eben die Beziehung von Johannes und Marion. Die auch daneben gegangen ist. Die auch daneben gegangen ist. Also sie glaubt an diese Beziehung nicht. Du bist auch über diese Frau Engel überhaupt an Marion und Johannes gekommen, oder? Genau, sie hat mir den Kontakt vermittelt. Und der wurde ja dann abgeholt. Das geht selten gut, sagt sie. Aber wir sind noch nicht zu Ende mit unserer Geschichte von Christel und Achim. Diese beiden hast du doch wieder besucht, oder? Genau, die beiden habe ich wieder besucht und zwar sechs Jahre später, 2020 im Dezember. Achim war entlassen worden und lebte zusammen mit Christel in der Wohnung, die sie für ihn eingerichtet hat. Und trank aus seiner Tasse. Und trank aus seiner Tasse. Saß auf seinem Sofa, war mittlerweile ganz schön dick geworden, was Christel auch bemängelte. Aber dick war Christel ja selber auch geworden. Christel hat sich angepasst und ebenfalls zehn Kilo zugenommen. Eigentlich 15, aber das socht sie nicht so gern. Und saßen da beide ganz gemütlich beieinander. Und ich habe sie dann gefragt, und wie ist es so? Stimmt denn alles? Ist alles so gekommen, wie gedacht? Und da sagte sie, naja, er hat immer gesagt, er ist ein Familienmensch. Wenn jetzt die Tochter öfter vorbeikommt, die war mittlerweile ausgezogen und hatte selbst zwei Kinder. Dann ist er manchmal genervt. Und er hat gesagt, er wäre so ein Romantiker. Und daraufhin sagte er, bin ich doch, wir sitzen romantisch vorm Fernseher. Und er war ein bisschen unordentlich, darüber stritten sie sich. Und er sagte, sie hatten ein bisschen viel Tünniff. Aber sie saßen die ganze Zeit beieinander, hielten Händchen und wirkten sehr glücklich und zufrieden. Und ich finde auch, dass gerade dieses Kritiküben und das Aneinanderrum nörgeln, das zeigt ja, dass sie letztlich die Realität in ihre Wohnung gelassen haben. Also sie sind nicht aufeinander geprallt und jeder hatte sein Traumbild, sein unrealistisches vor Augen, sondern sie haben sich über all den Ärgernissen, die man halt so tagsüber hat, haben sich tatsächlich aneinander gewöhnt. Und ja, also sie waren wirklich ein niedliches Paar, so wie ich sie da erlebt habe. Und manche Dinge waren dann auch tatsächlich so, wie er versprochen hat, das hat sie mir auch erzählt. Er bringt ihr nämlich jeden Morgen den Kaffee ans Bett. Und was sagen die Leute, was haben die Leute gesagt, die ihr vorher alle abgeraten haben, der Ex-Mann und so weiter? Die haben alle große Augen gemacht, ja. Und die Psychologin, die gesagt hat, das wird ja nie was. Da ist er nochmal hingegangen. Und zwar ist er dann nochmal hingegangen, nachdem die beiden geheiratet haben. Denn nachdem er entlassen wurde, mussten die noch ein bisschen warten, bis seine Scheidung, er war schon einmal verheiratet, rechtskräftig wurde. Und dann sind die beiden zusammen zum Standesamt gegangen mit ihren Kindern und haben geheiratet. Und danach ist sie zu der Psychologe gegangen, hat seinen Ring gezeigt und sagte, siehste. Für sie war es schon die vierte Ehe, ne? Ja. Für ihn die zweite. Und hast du denn jetzt vor unserer Begegnung hier nochmal angerufen? Ja, ich habe sie gestern angerufen und sie haben nächste Woche neunten Hochzeitstag. Tja, der Mensch kann sich doch ändern. Du hast sie auch gefragt, ob sie glaubt, dass sie Angst hat, Achim könne nochmal rückfällig werden, Achim, wie sie ihn nennt. Und die Antwort ist ziemlich prosaisch, aber ich glaube auch ziemlich realistisch. Eigentlich nicht mehr. Der arbeitet ja auch beim Wachdienst, ne? Ja, ist ein bisschen lustig, ne? In der Sicherheitsfirma arbeitet also er, der jemals Überfälle begangen hat, sorgt jetzt für Sicherheit. Ja. Er sieht ja voraus, was alles passieren könnte. Es gibt auch Podcast-Folgen bei uns mit einer glücklichen Wendung am Ende, Sabine. Ja, das finde ich auch. Es ist sehr, sehr schön und es freut mich auch. Liebe Nadine, herzlichen Dank, dass du uns diese seltenen Einblicke in sehr besondere Beziehungen mitgebracht hast. Am allermeisten freut mich, dass es gut ausgegangen ist und dass wir eine Frau kennengelernt haben, die gegen jede Wahrscheinlichkeit lebt, aber auch alles dafür getan hat, dass die Wahrscheinlichkeit Realität wird. Also sie hat es einfach nicht darauf ankommen lassen, sondern sie hat ja richtig gekämpft, auch gegen sich und ihre Trunksucht und hat am Schluss gewonnen und das finde ich super. Schön, dass du da warst. Sehr gerne, das war sehr schön bei euch. Bis zum nächsten Mal.